Herzlich willkommen zum Video, in dem es um das Thema IncoTerms geht. Das hier ist ein kleiner Ausschnitt aus unserem Lehrgang für Fachwirte. Wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie gern in die Videobeschreibung. Ich wünsche Ihnen hier viel Erfolg, ist ein schwieriges Thema. Aber wenn Sie sich die Zeit nehmen, diese etwas über 20 Minuten wirklich durchzuziehen, dann haben Sie das schwierige Thema IncoTerms von A bis Z verstanden und werden es eben auch, was das Wichtigste ist, in der Prüfung anwenden können. Also, schreiben Sie mit, seien Sie aufmerksam, wenn sowas drankommt, dann kannst du richtig viele Punkte bringen und da ist die Zeit hier sehr gut investiert. Und damit geht's los. So, damit also beim zweiten Video zum Thema Einkaufsverträge. Jetzt geht's um die Lieferbedingungen und da schließt das Thema IncoTerms an. Und das ist so ein Thema, was für viele sehr schwer verständlich ist. Wir versuchen uns hier mal durchzuhangeln und Licht ins Dunkle zu bringen und Sie geben nicht gleich auf. Also, wenn Dinge für Sie unverständlich sind, dass für Sie zu viele Abkürzungen sind, zu viele Einzelfälle und so weiter, keine Panik. Hauptsache, Sie schreiben das jetzt mit. Ich denke, mit den einzelnen Beispielen, die dann auch kommen, wird's relativ klar. Und seien Sie nicht überfordert. Das ist ein Themengebiet, wo ich sagen würde, für die Menge der Punkte, die es potenziell geben kann, würde ich es erstmal nach hinten stellen und sagen, wenn ein großer Teil von dem ganzen Haku-Umfeld für Sie sicher ist, Sie gut im Stoff sind, dann fängt man vielleicht an, sich so ein paar IncoTerms ein bisschen einzuprägen. Und wenn man am Ende noch Zeit hat und jemanden hat, der einen abfragt oder man macht es mit Karteikarten, dann vielleicht wirklich dazu übergehen, die einzelnen IncoTerms, so gut es geht, auswendig zu beherrschen. Wir starten. Lieferbedingungen legen fest, mit welchen Transportmitteln der Warentransport durchgeführt wird, wer die Lieferkosten und wer die Risiken von der Beschädigung bis zum Verlust der Ware trägt. Um Missverständnisse und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, hat die Internationale Handelskammer, ICC abgekürzt, ich glaube International Chamber of Commerce müsste es sein, international gültige Regeln aufgestellt, die unter dem Namen IncoTerms, International Commercial Terms bekannt sind und Regeln. Wer den Transport übernimmt, wer wann haftet, das nennt sich dann Gefahrenübergang, und wer für die Versicherung verantwortlich ist. Das sind die drei Regeln. In anderen Worten, IncoTerms klären, wer die Kosten für den Transport und die Transportversicherung bezahlt und wer das Risiko der Beschädigung bzw. des Untergangs der Güter trägt. Es gibt insgesamt elf IncoTerms, die in vier Gruppen eingeteilt werden können. Hier haben wir vier Gruppen. E, da ist nur ein IncoTerm. F, da haben wir drei. C, da haben wir vier. Und D, da haben wir drei. Wir gehen hier auf nahezu alle IncoTerms ein. Eine kleine, hoffentlich noch nicht überfordernde Grafik, wo wir auf der linken Seite die einzelnen IncoTerms haben. Hier oben die einzelnen Schritte vom Verkäufer, vom Seller bis zum Buyer, bis zum Käufer. Und das sind eben die einzelnen Schritte, die hier gemacht werden. Es muss transportiert werden und dann eben zum Beispiel zum Schiff oder zum Hafen, zum Flughafen, wohin auch immer gebracht werden, wird dann eben transportiert, kommt irgendwo an und muss da dann weiter transportiert werden. Und das sind jetzt die unterschiedlichen IncoTerms. Der erste, Ex-Works, da sagt man, alles klar, hol Zeit direkt beim Verkäufer ab. Wie du es machst, ist deine Sache. Buyer's Obligation, also der Käufer ist verantwortlich. Und da sehen wir es direkt beim Verkäufer auf dem Fabrikgelände im Grunde genommen, endet die Verantwortlichkeit, die der Seller, die der Verkäufer hat. Direkt am ersten Schritt. Hier findet der Gefahrenübergang statt. Also ab da ist der Käufer verantwortlich für alles, was passiert. Dass die Ware abgeholt wird, dass sie weiter transportiert wird, dass sie dann am Ende zu ihm kommt. Für all das ist der Käufer verantwortlich. Dann sehen Sie hier graduell von EXW, Ex-Works über Free Carrier bis am Ende zu Delivered Duty Paid, DDP, ist es dann eine Verschiebung. Also der Käufer hat immer weniger Verantwortung, hat immer weniger Kosten zu tragen und der Verkäufer immer mehr. Und so können Sie sich das vielleicht schon mal merken, direkt als erstes. EXW, der Inko-Term, da liegt der maximal große Verantwortlichkeitsbereich beim Käufer und nur ganz wenig, nämlich nahezu gar nichts beim Verkäufer. Also wir wissen es, wenn auf dem Gelände irgendwas passiert, wo das Produkt abgeholt wird, ist der vielleicht haftbar. Und bei DDP hat man das andere Extrem, da muss der Verkäufer sich um alles kümmern. Und der Gefahrübergang und so weiter ist dann erst bei der Auslieferung direkt vor Ort. Dazu dann aber im Detail mehr. Einfach, dass Sie es mal so verstanden haben. Es geht also wirklich um den Weg vom Verkäufer zum Käufer. Und jeder Inko-Term hat eben dann eine andere Menge an Verpflichtungen sozusagen. Jemand anders trägt die verschiedenen Kosten und so weiter, trägt das Risiko mit jedem Inko-Term eben. Wir gehen jeden Einzelnen durch. Machen Sie sich gar keine Sorgen. Wir haben hier viel Zeit und wir gehen alles durch. Diese Übersicht wird Sie jetzt auf den ersten Blick erstmal verwirren, wird aber vielleicht später, wenn Sie das Video durchgeschaut haben, wenn Sie sich die dann nochmal anschauen, die eine oder andere Frage klären und vielleicht später noch beim Auswendiglernen sehr helfen. Was Sie hier sehen ist, einmal K für Käufer, V für Verkäufer. Und hier sehen Sie eben genau in der gleichen Reihenfolge, wie wir es gerade hatten, wie die verschiedenen Zuständigkeiten sind, wer für was bezahlt und so weiter. Und da kann man eben sagen, bei dem EXW, EXWORKS ist der Käufer für alles zuständig. Im Exportland für Zoll und Transport, Entladung, Ladegebühren, für den Transport über See oder Luft. Und im Importland dann für Entladen, Verladen, Transport, Entladung, Steuern, Versicherung und so weiter. Und bei FCA, FAS, FOB wird es dann Stück für Stück mehr Verantwortung, die der Verkäufer tragen muss, bis man dann am Ende bei DDP ist, wo der Verkäufer alles machen muss. Versicherung ist immer so eine Sache, da ist der Verkäufer nur bei CIF und CIP zuständig. Ansonsten ist es eine freiwillige Geschichte des Käufers, wenn er das möchte. Kennen Sie ja im Grunde genommen, auch wenn Sie Sachen bestellen, dass man da beispielsweise zusätzlichen Versichertenversand auswählen kann und dann eben draufzahlen muss. Zumindest, wenn es eine bestimmte Höhe sein soll. So, und was wir jetzt machen ist, wir haben hier die Übersichten und die können Sie sich bei Gelegenheit ja immer mal wieder anschauen. Was wir jetzt machen ist, wir schauen uns jeden einzelnen, ich glaube, mit Ausnahme von 1, 2, Inko-Terms an, damit Sie da wirklich am Ende im Bild sind. Beziehungsweise, nee, stopp, nochmal, sorry für die Verwirrung. Von denen hier schauen wir uns jeden einzelnen an. Bei der Grundübersicht hatten wir noch DPU, den schauen wir uns nicht an. Wenn Sie da wirklich jeden einzelnen kennen wollen, gucken Sie gerne im Internet nach. Wir haben jetzt hier so diese Auswahl getroffen. Also die E-Gruppe, die ja nur aus einem Inko-Term besteht, nämlich EXW, EXWORKS, also ab Werk. Da kann man dazu sagen, bei dieser Vereinbarung trägt der Käufer alle Risiken und Kosten ab Werk. Also ab dem Werk des Produzenten, des Verkäufers. Einschließlich der Verladung der Ware und des Transports. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Ware an eine bestimmte Stelle zu bringen. Und ganz wichtig hier bei solchen Erklärungen, die einen oft erstmal erschlagen können, ist, dass wir immer ein einfaches Beispiel machen. Beispiel, ein Kunde kauft eine Maschine, EXW, also ab Werk, vom Hersteller. Der Käufer ist verantwortlich für den Transport der Maschine vom Werk des Herstellers zum Bestimmungsort. Also ab dem Werk des Herstellers bis zu mir im Grunde genommen, wenn ich was kaufen möchte. Das ist ab Werk, EXWORKS, EXW. Damit kommen wir zur F-Gruppe. Bei der F-Serie könnte man auch sagen, oder eben F-Gruppe, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Der IncoTerms trägt der Verkäufer die Kosten und das Risiko, bis die Ware an den vom Käufer bestimmten Frachtführer am vereinbarten Ort geliefert wird. Danach trägt der Käufer alle Kosten und Risiken. Wir gehen jetzt hier auf die wichtigsten der F-Gruppe ein. Da gibt es nämlich Unterschiede. FCA, Free Carrier, heißt auch frei Frachtführer, scheint also was mit dem Frachtführer zu tun zu haben. Der Verkäufer übergibt die Ware an einen Frachtführer an einem vereinbarten Ort. Ab diesem Zeitpunkt trägt der Käufer alle Kosten und Risiken. Beispiel, eine österreichische Käserei verkauft Käse an einen Kunden in der Schweiz. Der Verkäufer liefert die Ware an einen Spediteur in Österreich. Er ist ja aus Österreich und es muss in die Schweiz gehen. Und er gibt jetzt in Österreich dem Spediteur, der vom Käufer beauftragt wurde, den Käse. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt der Käufer die Kosten und Risiken für den Transport in die Schweiz. Das sieht man in unserer Übersicht hier sehr gut. Also ab dem Moment, wo entladen wird, wo der Frachtführer sozusagen ins Spiel kommt, ab diesem Moment, hier sieht man es vielleicht auch nochmal, First Carrier, Frachtführer, ab dem Moment, wo hier die Übergabe stattfindet, ab dem Moment ist der Käufer zuständig. Das ist die Idee. Sobald die Ware beim Frachtführer ist, zeigt der Käufer alles. Das ist das, was im Kern hängen bleiben muss. Dann haben wir den zweiten, FAS, Free Alongside Ship, also Freie Längsseite Schiff. Woher kommt das? Naja, man stellt halt im Hafen an die Längsseite des Schiffes die Waren und die müssen dann auf das Schiff geladen werden. Wir können also schon eine Vermutung anstellen, aber schauen wir mal lieber die genaue Erklärung an. Der Verkäufer liefert die Ware an der Längsseite, also neben dem vom Verkäufer bestimmten Schiff, im Verschiffungshafen ab. Ab da übernimmt der Käufer alle Kosten und Risiken für das Verladen der Ware auf das Schiff und den weiteren Transport. Schauen wir uns das hier nochmal an. Free Alongside Ship, also bis zu dem Zeitpunkt, wo die Ware neben das Schiff gestellt wird, ist der Verkäufer verantwortlich, trägt die Kosten. Ab diesem Moment geht das Risiko rüber und gehen auch die Kosten rüber zum Käufer. Ab dem Moment wechselt die Verantwortlichkeit. Wir machen wieder ein Beispiel. Ein amerikanischer Landwirt verkauft Getreide an einen Kunden in Indien. Er liefert das Getreide neben dem von seinem Kunden bestimmten Schiff im Hafen ab. Wir können auch sagen Spediteur, da halt wo er es abliefern soll. Der Kunde ist für das Verladen des Getreides auf das Schiff und die anschließenden Transportkosten und Risiken verantwortlich. Also nicht der Kunde selbst, der wird es nicht machen, aber er muss eben jemanden beauftragen, der das für ihn macht. Wir halten also fest, der Käufer trägt alle Kosten und Risiken, sobald die Ware neben dem Schiff abgeliefert wurde. Damit sind wir beim dritten Inko-Term der F-Gruppe, FOB, free on board, frei an Bord. Und langsam kommt, glaube ich, eine Logik rein. Jetzt sind wir nämlich wieder einen Schritt weiter. Der Verkäufer liefert die Ware an Bord des vom Käufer bestimmten Schiffs im Verschiffungshafen. Also dafür ist er schon noch zuständig. Ab diesem Zeitpunkt trägt der Käufer alle Kosten und Risiken. Beispiel, ein indonesischer Textilhersteller verkauft Kleidung an einen Kunden in Australien. Der Hersteller bringt die Kleidung an Bord des Schiffes, das der Käufer für den Transport ausgewählt hat. Sobald die Kleidung an Bord ist, übernimmt der Käufer die Verantwortung für die Transportkosten und das Risiko von Verlust oder Beschädigung. Also FOB, sobald die Ware auf dem Schiff ist, zahlt der Käufer alles. Das wäre die einfache Sache. Und Sie sehen also schon, gerade hier ist es eben relativ einfach, wir haben erst Free Carrier, also Freifrachtführer. Ab da setzt es ein, dann haben wir Free Alongside Ship, also ab dem Moment, wo es neben das Schiff gestellt wurde. Und jetzt eben Free On Board, also ab dem Moment, wo die Ware an Bord ist, wechselt das zum Käufer. Damit sind wir mit der F-Gruppe auch schon durch. Ich zeige es Ihnen nochmal bildlich. Hier sehen Sie es, X-Works haben wir, die Freifrachtführer, dann neben das Schiff stellen und dann an Bord bringen. Das sind die Punkte. Jetzt sind wir nochmal einen Schritt weiter. Und zwar bei den C-Serien oder der C-Gruppe. Springen wir da mal direkt rein. Da sieht es nämlich wie folgt aus. Hier ist der Haupttransport mitversichert. Das war das, was eben eben, spätestens wenn die Ware auf dem Schiff ist, da geht es dann rüber zum Käufer die Verpflichtung. Hier sehen Sie schon direkt an der Überschrift bei der C-Gruppe, da ist dieser Haupttransport zum Beispiel übers Meer, über die Luft, ist dann eben versichert. Bei der C-Serie der Inko-Terms trägt der Verkäufer die Kosten und Verantwortlichkeiten für den Transport und die Lieferung der Ware bis zum Hafen des Bestimmungslandes, einschließlich des Seetransports und der Exportabwicklung. Hier ist es wie folgt. Der Verkäufer ist für die Kosten und den Transport der Ware bis zum Bestimmungshafen verantwortlich. Das Risiko für Verlust oder Beschädigung geht jedoch auf den Käufer über, sobald die Ware an Bord des Schiffes ist. Also nochmal, der Verkäufer ist für die Kosten und den Transport der Ware bis zum Bestimmungshafen verantwortlich. Das Risiko aber für den Verlust oder die Beschädigung geht auf den Käufer über, sobald die Ware an Bord des Schiffs ist. Kleine wichtige Ergänzung, bisher war es klar, dass FAS und FOB, also neben das Schiff stellen und auf das Schiff stellen, dass das auf den Seeverkehr beschränkt ist. Bei Flugzeugen geht das nicht. Bei CFR und CIF, das ist jetzt eben wichtig, geht es auch um den Schiffverkehr. Und das heißt bei diesem und auch beim nächsten Ingoterm, da sind wir eben auf den Schiffverkehr beschränkt. Wir machen wie immer ein Beispiel. Ein vietnamesischer Kaffeehändler verkauft Kaffee an einen Kunden in Deutschland. Er übernimmt die Kosten für den Transport der Kaffeebohnen bis zum Hafen in Deutschland. Sobald die Kaffeebohnen an Bord des Schiffes sind, trägt aber der Käufer das Risiko für Verlust oder Beschädigung. Also Kosten und Fracht, CFR, der C-Gruppe, hat diese Einschränkung. Auf den Punkt gebracht, der Verkäufer trägt Risiko und Kosten bis zur Verschiffung und übernimmt die Transportkosten. Das ist auf Schiffe beschränkt. Daran anknüpfend jetzt der zweite Ingoterm der C-Gruppe, der auch auf Schifffahrt beschränkt ist, CIF, Coast Insurance and Freight, also Kosten, Versicherung und Fracht, ist ähnlich wie CFR, aber der Verkäufer bezahlt zusätzlich die Transportversicherung für die Ware. Wichtige Ergänzung, auch hier wieder ein Beispiel. Diesmal ist es kein vietnamesischer Kaffeeproduzent, sondern ein indischer Schmuckhersteller. Der verkauft Schmuck an einen Kunden in den USA. Der Verkäufer aus Indien übernimmt die Kosten für den Transport und die Transportversicherung bis zum Hafen in den USA. Das Risiko für Verlust oder Beschädigung geht jedoch auf den Käufer über, sobald der Schmuck an Bord des Schiffes ist. Also der Verkäufer trägt das Risiko und die Kosten bis zur Verschiffung und übernimmt die Kosten für den Transport und die Versicherung. Das ist CIF. Wenn Ihnen jetzt schon der Kopf raucht zwischendurch, machen Sie kurz einen Moment Pause, lüften Sie einmal durch, gucken Sie sich einmal kurz an, was Sie mitgeschrieben haben und dann geht es weiter. Es sind hier sehr viele einzelne kleine Abkürzungen, einzelne kleine Unterschiede. Und das ist beim ersten Mal ganz normal, wenn einen das jetzt ein bisschen überfordert. Ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, zwischendurch immer mal wieder die Grafiken sich anzuschauen. Einmal die, die wir hier haben. Also hier war noch alles relativ klar. Aber jetzt so langsam, wenn man dann im CFR-CIF-Bereich ist, da wird es dann langsam viel, weil das Gehirn kann sich immer so drei bis vielleicht fünf Sachen merken. Und danach ist man dann erstmal überfordert. Ist ganz normal. Kämpfen Sie sich durch. Es wird sich lohnen. Also, das war CIF. Jetzt haben wir den letzten, bzw. den vorletzten Teil der C-Gruppe. CPT. Carriage Pay Tour, also Frachtfrei Bisse. Der Verkäufer übernimmt die Kosten für den Transport der Ware bis zum vereinbarten Bestimmungsort. Das Risiko für Verlust oder Beschädigung geht jedoch auf den Käufer über, sobald die Ware dem ersten Frachtführer übergeben wurde. Wir machen Beispiel. Ein Spielzeughersteller aus Spanien verkauft Spielzeug an einen Kunden in Japan. Der Verkäufer aus Spanien übernimmt die Transportkosten bis zum Warenlager des Kunden in Japan. Sobald das Spielzeug dem Spediteur in Spanien übergeben wurde, trägt aber, also wir sind in Spanien dann noch, trägt der Käufer das Risiko für den Verlust oder die Beschädigung der Ware. Wenn Sie sich das hier also anschauen, wir sind zwar, was die Verantwortlichkeit angeht, sind wir weitergekommen hier. Aber der Risikoübergang, der Gefahrenübergang, der findet jetzt eben bei der Übergabe an den Frachtführer statt. Hier findet der Risikoübergang statt. Das ist wichtig, 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 sich hier zu merken. Damit wieder zurück. Wir sagen es lieber nochmal, damit es wirklich gut sitzt. Der Verkäufer übernimmt Kosten für den Transport bis zum Bestimmungsort. Und das Risiko aber wird, oder Risiko für Verluste oder Beschädigung geht jedoch auf den Käufer über, sobald die Ware dem ersten Frachtführer übergeben wurde. Deswegen macht es hier unter Umständen Sinn für den Käufer eben die Ware entsprechend zu versichern. Wir werden fest, der Verkäufer trägt Risiko und Kosten bis Übergabe an den Frachtführer sowie die gesamten Transportkosten. Weiter geht es mit CIP. Da ist es wie folgt. CIP heißt Carriage and Insurance Pay-to, also frachtfrei versichert bis. Wie CPT aber der Verkäufer bezahlt zusätzlich die Transportversicherung für die Ware. Wir haben mal gesehen, der Gefahrenübergang, der findet eben bei der Übergabe an den Frachtführer statt. In dem Fall ist der Verkäufer aber verpflichtet, oder verpflichtet sich, die Transportversicherung für die Ware zu bezahlen, bis zum vereinbarten Bestimmungsort. Das Risiko für Verlust oder Beschädigung geht jedoch auf den Käufer über, das ist klar, sobald die Ware dem ersten Frachtführer übergeben wurde. Also auch hier ist es so, der trägt die ganzen Kosten und so weiter, aber sagt eben an der Stelle, gut, sobald ich die Ware aus meinen Händen gebe, komme ich für die Versicherung auf. Auch wenn das Risiko eben beim Käufer dann liegt. Dafür haben wir dann die Versicherung. Beispiel, ein britischer Hersteller von medizinischen Geräten verkauft Geräte an einen Kunden in Australien. Also von England nach Australien. Der Verkäufer übernimmt die Transportkosten und die Transportversicherung bis zum Warenlager des Kunden in Australien. Sobald die medizinischen Geräte dem Spediteur in Großbritannien übergeben werden oder wurden, trägt der Käufer das Risiko für den Verlust oder die Beschädigung der Ware, die dann zum Glück versichert ist. Damit sind wir bei der D-Gruppe angekommen. Bei der D-Serie der Inko-Terms trägt der Verkäufer alle Kosten und Risiken bis zur Ankunft der Ware am vereinbarten Lieferort im Bestimmungsland, ist aber nicht zwingend für Einfuhrabgaben und Zölle verantwortlich. Da schauen wir gleich tiefer noch rein. Und der Verkäufer ist für die Organisation des Transports bis zum vereinbarten Lieferort im Bestimmungsland verantwortlich. Also man muss eigentlich alles machen, nur bei den Einfuhrabgaben und Zöllen, da könnte es Unterschiede geben. Schauen wir es uns an. Wir schauen uns DAP an und DDP. Delivered at Place, geliefert, benannter Ort. Und die Erklärung ist die folgende. Der Verkäufer trägt alle Kosten und Risiken für den Transport der Ware bis zum vereinbarten Bestimmungsort, ohne sie jedoch zu entladen. Der Käufer ist für die Einfuhrzölle und so weiter verantwortlich und eben für das Entladen. Beispiel, ein italienischer Möbelhersteller verkauft Möbel an einen Kunden in Schweden. Der Verkäufer aus Italien übernimmt also die Verantwortung für den Transport der Möbel bis zum Lager des Kunden in Schweden. Der Kunde ist jedoch für das Entladen der Möbel verantwortlich und für die Zahlung der Einfuhrzölle und so weiter. Haben wir. Damit unser letzter Inko-Turm und dann haben sie diesen Albtraum auch hinter sich. DDP, Delivered Duty Paid, also geliefert und verzeuht. Der Verkäufer übernimmt alle Kosten und Risiken für den Transport der Ware bis zum Bestimmungsort, einschließlich der Einfuhrzölle und Steuern. Der Käufer ist nur für das Entladen der Ware verantwortlich. Beispiel, ein belgischer Schokoladenhersteller verkauft Waren an einen Kunden in Kanada. Der Verkäufer übernimmt die Verantwortung für den Transport der Schokolade bis zum Lager des Kunden in Kanada, einschließlich der Zahlung von Einfuhrzöllen und Steuern. Der Kunde ist für das Entladen der Schokolade verantwortlich. Also nur das Entladen muss der Kunde noch machen, ist dafür verantwortlich. Alles andere inklusive der Einfuhrzölle wird vom Verkäufer gemacht. Deswegen, Sie erinnern sich an die Grafik am Anfang. Da ist quasi alles auf Seiten des Käufers. Damit haben Sie es geschafft. Wir haben auch den letzten Inko-Term fertig. Vergewissern Sie sich wirklich, dass Sie das Thema, wenn Sie eben entsprechend viel Zeit haben, dass Sie das grundlegend verstanden haben, dass der E-Bereich sozusagen für den Käufer am meisten Verantwortung bedeutet, beim F-Bereich schon weniger, beim C-Bereich noch mal weniger und das im Bereich der D-Inko-Terms am wenigsten vom Käufer gemacht werden muss. Das ist schon mal so ein bisschen eine Art E-Sitzbrücke, wie man sich das ein bisschen merken kann. Und dann nehmen Sie sich vielleicht vor, jeden Tag einen Inko-Term sich abzuspeichern. Dann haben Sie im Grunde genommen nach 8, 9, 10, 11 Tagen haben Sie die Inko-Terms fertig. Die Zeit sollten Sie sich nehmen. Ein kleines Häppchen, immer ein bisschen mehr, dann klappt das auch. Sie kriegen das hin, Sie haben das hier durchgeballert und Sie werden noch viel mehr schaffen und sich dann hoffentlich, falls so eine Aufgabe drankommt, die Punkte auch sichern können. Wir schauen uns noch mal schnell eine Übersicht an und dann sind Sie mit dem Video auch durch. Wir haben hier, machen Sie sich einen Screenshot oder schauen Sie sich das Stück für Stück an, noch mal wirklich die einzelnen Punkte auf das Minimum runtergebrochen. Also meinetwegen bei FOB, der Käufer trägt Kosten und Risiken, sobald die Fracht auf das Schiff verladen ist. Kosten und Risiko bis zur Verlagerung trägt also der Verkäufer. Ab da findet der Übergang statt. Oder bei CPT, Carriage Pay-Tour Frachtfrei-Biss, der Verkäufer trägt Risiko und Kosten bis zur Übergabe an den Frachtführer sowie die gesamten Frachtkosten. Und bei DAP, weil es noch frisch ist, der Verkäufer trägt das Risiko und die Kosten bis zum Bestimmungsort, während der Käufer die Verantwortung für die Entladung und die Verzollung übernimmt. Und DDP, im Unterschied dazu, da muss der Verkäufer alles machen, der Käufer ist nur noch für die Entladung zuständig, weil selbst die Einfuhrzölle und so weiter vom Verkäufer übernommen werden. Prägen Sie sich das ein, jeden Tag ein bisschen, jeden Tag ein kleiner Schritt. Das Schlimmste wäre, wenn Sie wirklich denken, ich muss jetzt alle Inko-Terms an einem Tag lernen, werden Sie nicht schaffen. Deswegen mühsam ändert sich das ein Eichhörnchen. Mein Opa hat immer gesagt, wie verspeist man einen Elefanten Stück für Stück. Sie werden das nicht schaffen, den Elefanten direkt auf einmal aufzuessen, sondern Sie machen das in einzelnen kleinen Häppchen über einen langen Zeitraum. Wunderbar, ich entlasse Sie, geben Sie nicht auf, Sie schaffen das, andere haben es vor Ihnen geschafft, 70, 80 Prozent bestehen im Wirtschaftswachwitz sowieso. Und das heißt, in der Regel fallen nur die durch, die sich nicht die Mühe machen, nicht die Zeit nehmen, das durchzuarbeiten. Und da gehören Sie ja mit Sicherheit nicht dazu. Also, wir sehen uns im nächsten und wahrscheinlich letzten Video, zumindest was die Kursmodule angeht. Danach sehen wir uns im Übungsteil. Also, bis dahin.